Hoteldirektion Wildmann, hallo. Scheiße. Okay. Keine Panik. Keine Panik, das ist nur ein Stromausfall. Reiß dich zusammen. Handy. Komm, 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 komm. Bitte, 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 beeil dich. Stellung in Licht. Also. Nein, 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 bitte, bitte nicht. Hallo? Ist da jemand? Hallo? Bitte lasst du mich hinein. Ich brauche Ihre Hilfe. Wer ist da? Oh Gott sei Dank. Mein Name ist Alice Voltaire. Ich wohne in dem Zimmer nebenan. Bitte machen Sie die Tür auf, ich brauche Ihre Hilfe. Was ist passiert? Kommt keine Zeit für Erklärung, bitte. Machen Sie die Tür auf. Schneller! Bitte! Schneller, bitte beeilen mich. Nein, 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 bitte nicht. Nein! Was zum? Scheiße. Was ist das? Scheiße. Bleib ruhig, bleib ruhig, bleib cool. Was ist los? Alice?